Der Satz des Pythagoras ist sehr einfach. Es gibt aber oft den Fall, dass man viele viele Formeln und eine ganze Formelsammlung bekommt für den Satz des Pythagoras. Falls ihr sowas bekommt oder lernen sollt, macht das nicht und schmeißt das Zeug weg. Ganz wichtig, der Satz des Pythagoras gilt in jedem rechtwinkeligen Dreieck. Der rechte Winkel ist hier und es ist ganz wichtig, dass man weiß, wo der rechte Winkel ist, weil die Seite gegenüber von diesem rechten Winkel, in dem Fall C, das ist die Hypotenuse, und die anderen beiden Seiten, die diesen Winkel einschließen, die nennt man Katheten. Und der Satz des Pythagoras sagt mir jetzt folgendes, a² plus b² ist gleich c². Das kennen wahrscheinlich die meisten von euch, allerdings muss man da aufpassen. Ihr dürft euch auf keinen Fall merken, a² plus b² ist c². Warum werde ich euch gleich zeigen? Vorher will ich mit euch den Satz des Pythagoras genauer anschauen. Hier haben wir a² und b². Das sind genau die beiden Seiten, die den rechten Winkel einschließen, also die beiden Katheten. Auf der anderen Seite steht die Hypotenuse zum Quadrat, das ist die längste der drei Seiten, also die gegenüber vom rechten Winkel, die steht alleine auf der rechten Seite und wird dann quadriert. Die Struktur dieser Formel ist ganz wichtig, also Katheten auf der linken Seite, Hypotenuse auf der rechten Seite. Das ist es, was ihr euch merken müsst. Also eigentlich lautet der Satz des Pythagoras richtig, Kathete 1² plus Kathete 2² ist gleich Hypotenuse zum Quadrat. Das ist der Satz des Pythagoras. Warum ist das wichtig? Schauen wir uns ein anderes Dreieck an, zum Beispiel dieses zweite Dreieck hier. Jetzt habe ich meinen rechten Winkel hier beim Eckpunkt A. Das heißt, die Seite A ist meine Hypotenuse. Meine Seiten B und C sind die beiden Katheten. Das heißt, in diesem Fall, in diesem Dreieck lautet der Satz des Pythagoras jetzt nicht mehr A² plus B² ist C², sondern B² plus C² ist gleich A². Also ihr seht schon, die Formel ist eine andere wie vorher, aber die Struktur der Formel ist immer noch gleich. Das ist die eine Kathete, das ist die andere Kathete, die quadriere ich beide und auf der rechten Seite steht die Hypotenuse. Das bleibt immer gleich. Das ist es, was wirklich wichtig ist. Ich könnte jetzt das Dreieck von vorher nochmal hernehmen und das einfach anders beschriften. Es sagt mir ja keiner, dass ich das A, B und C nennen muss. Wenn wir die Seiten beschriften mit XYZ, dann kann ich natürlich nicht einfach verwenden A² plus B² ist C². Es gibt kein A, kein B und kein C. Der Satz des Pythagoras funktioniert aber immer noch, weil ich habe hier meine Hypotenuse und ich habe hier die beiden Katheten. Das heißt, ich kann auch da den Satz des Pythagoras ganz normal anwenden. x² plus y² ist gleich z². Und nur darum geht's beim Satz des Pythagoras. Also kurz zusammengefasst nochmal. Ihr braucht ein rechtwinkeliges Dreieck. Ihr müsst schauen, wo ist der rechte Winkel. Damit sehe ich, wo ist die Hypotenuse und wo sind die beiden Katheten. Und dann muss ich einfach nur den Satz des Pythagoras richtig anwenden. Und wenn ihr das verstanden habt, braucht ihr keine Formel mehr für irgendwelche Diagonalen oder Raumdiagonalen oder sonst irgendwelche Seiten in speziellen Figuren, sondern ihr müsst einfach nur rechtwinkelige Dreiecke suchen und dann wendet ihr den Satz des Pythagoras an. Wie man das genau macht, zeige ich euch im nächsten Video anhand eines Beispiels. Ich hoffe, ich sehe euch dann wieder und jetzt wie immer.